Alles, was du über die Arbeit mit Apple Loops wissen musst, erkläre ich dir in diesem Tutorial. Go! Ich habe in letzter Zeit unglaublich viele Fragen von euch zum Thema Apple Loops bekommen und deswegen habe ich mir gedacht, ich drehe ein Intensiv-Tutorial über dieses Thema und versuche alle Fragen hier zu beantworten. Hauptsächlich geht es um drei Themenbereiche. Das erste sind einfach die Grundlagen mit Apple Loops. Wie suche ich die richtig raus? Wie kann ich ein kleines Arrangement erstellen? Wie kann ich die in die Länge ziehen, schneiden und so weiter? Der zweite Themenbereich, der oft gefragt wird, ist, wie passe ich Apple Loops an meine Tonart an? Also wie kann ich Apple Loops transponieren in der Tonhöhe? Und der dritte Themenbereich ist die Loop-Manipulation. Also wie kann ich ein Loop rückwärts ablaufen lassen? Wie kann ich ein EX24-Instrument draus machen und so weiter? Deswegen meine bitte an dich, auch wenn du schon viel mit Logic Loops gearbeitet hast, schau dir bitte das komplette Tutorial an. Denn es gibt sehr, sehr viele Tipps und einige davon hast bestimmt auch du noch nicht gehört. Also fangen wir direkt mal an und zwar geht es mit den Grundlagen los. Wir fangen einfach mal an damit, wie du Apple Loops suchst und aufrufen kannst und auch wie du sie sortieren kannst. Zunächst mal geht das hier ganz oben in dieser Leiste auf dieses Symbol und da erscheinen dann auch schon die Apple Loops. Und das kannst du entweder so machen oder du machst es über den Tastaturkurzbefehl O. Ja, öffnen und wieder schließen. Jetzt öffnet sich hier Apples Loop-Bibliothek. Da sind entweder nur die Loops drin von Logic Pro X oder welche, die du selber reingeladen hast. Wie das funktioniert, das erkläre ich dir dann auch noch. Und jetzt hast du verschiedene Sortiermöglichkeiten. Du kannst hier oben, fangen wir mal hier an, entweder nach Instrumentengruppen, also Bass, Schlagzeug und so weiter raussuchen. Du kannst es genrebezogen machen, also welches Musikgenre du willst, Hip-Hop, Tech-House und so weiter. Oder du kannst es nach Beschreibungen machen. Das bedeutet, was möchtest du haben, was möchtest du ihren heiteren Song schreiben, einen dunklen Song, soll es ein ganzer Songpart sein, trocken, groovy und so weiter. Dann geht es hier unten weiter und hier kannst du die Loops auch nochmal sortieren. Ich möchte gerne noch auf dieses kleine Fenster hier hinweisen. Hier kannst du Apple Loops sortieren, ob du nur Midi Loops möchtest oder komplette Audio Loops haben möchtest oder eben nur Drummer Loops. Das ist Logic's interner Session Drummer. Auch das kannst du auswählen. Wenn ich die jetzt weg mache oder nur diese möchte, zeig dir mir nur die an und so zeig dir mir wieder alle an. Jetzt kannst du hier noch sortieren, entweder nach... Du kannst auch vorhören, wenn du direkt auf den Loop klickst und du kannst hier auch sortieren nach Namen, nach Beats, nach Tempo. Wenn ich hier zum Beispiel auf Tempo klicke, dann fängt der mit einem langsamen Tempo an und das Tempo wird dann schneller. Und du kannst es auch nach Tonart sortieren. Jetzt kommt hier zum Beispiel alles... Die haben jetzt keine Tonart, weil es Drum Loops sind. Hier haben wir jetzt... Das sind alles Drum Loops, um Gottes Willen. Hier zum Beispiel Tonart F. Und du kannst dir auch, und das ist auch richtig cool, du kannst dir auch Favoriten raussuchen. Also wenn du jetzt hier ewig am Durchhören bist, kannst du das hier ankreuzen. Das ist einer meiner Lieblings Loops und die findest du dann hier oben wieder. Das sind zum Beispiel meine, dass du die schnell wieder findest oder Loops, mit denen du einfach oft arbeitest. Gut, dann gehen wir mal hier weiter nach unten. Und hier ist auch noch dieser Schieberegler. Damit kannst du die Loops einfach leiser machen oder lauter. Das kann sehr nützlich sein, wenn du es zu einem Projekt einfach anhörst, den Loop direkt. Das machen wir auch gleich. Du kannst also, wenn du jetzt hier ein Projekt hast, ich habe hier noch nichts drin, kannst du es laufen lassen und kannst den Apple Loop mit dazu laufen lassen, um zu gucken, dass er passt. Und dazu wäre es natürlich gut. Und jetzt wird es das erste Mal richtig interessant, wenn er die richtige Tonart hätte. Und jetzt kommen wir auf dieses Fenster hier. Und hier kannst du den Apple Loop also entweder in Song-Tonart abspielen oder in Original-Tonart abspielen. In Original-Tonart abspielen heißt, der Apple Loop wird abgespielt in der Tonart, in der er auch aufgenommen wurde. Nehmen wir uns also jetzt hier mal was raussuchen. Einfach Poly Plastic Layers zum Beispiel. Dann hören wir, so ist es ja aufgenommen worden, das ist die Original-Tonart. Wenn deine Song-Tonart jetzt aber zum Beispiel nicht D-Dur ist, wie hier oben angegeben, sondern C-Dur ist, ich stelle hier einfach mal C-Dur ein, anstatt D-Dur, hier sind wir, dann passt das hier nicht mehr drauf und jetzt kannst du den Apple Loop einfach in der Song-Tonart abspielen lassen. Das ist nochmal die Original-Tonart. Und in der Song-Tonart ist es dann auf C-Dur. Okay? Und das ist schon mal gar nicht schlecht. Ich weiß jetzt nicht, ob du Ahnung von Musiktheorie hast oder nicht, aber wenn, oder wenn du zumindest weißt, dein Song ist in C-Dur, dann ist es schon mal sehr geschickt, wenn du das hier einstellen kannst. Wenn du dann hier in Song-Tonart abspielen gehst und hast hier schon ein paar Loops drin oder einfach was von dir, dann kannst du den Loop direkt in Song-Tonart vorhören und gucken, ob der dazu passt. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir gleich mal ein bisschen an, Musik zu machen. Ich gehe hier einfach mal auf Part, das gefällt mir ganz gut, weil hier findest du sehr oft Apple Loops, die schon so ein bisschen zusammenpassen. Ich habe hier zum Beispiel den Bass, ich habe hier irgendwelche Jobs oder was das ist und hier hast du einfach Loops, die schon von vornherein zusammenpassen. Und ich habe gestern mit einem gearbeitet, der ist irgendwie Prism irgendwas, Prismatic, genau Prismatic und das sind jetzt Loops, die zusammenpassen. Prismatic Bass, Chords, Gitarre, Prismatic Synth. Okay, die passen auf jeden Fall schon mal zusammen und um die jetzt hier rüber zu ziehen, kann ich auch mehrere gleich markieren und mir die hier einfach reinziehen in mein Arrangement-Fenster und jetzt gehe ich hier auf neue Spuren erzeugen und jetzt sind diese Apple Loops hier schon alle untereinander sortiert und ich kann mir die jetzt einfach auch mal anhören. Okay, das passt schon gut zusammen, also da kommst du drauf, wenn du hier auf Parts kommst. Bevor wir weitermachen, ganz kurz noch eine Sache zu den Song, zu den Loop-Rechten, das wird auch oft gefragt und zwar, darf ich Apple Loops in meiner Produktion benutzen, auch wenn ich sie veröffentliche? Okay, ja, das darfst du und ich gebe dir jetzt hier mal ein Beispiel und diesen Funk-Loop oder diesen Drum-Loop, den wirst du mit sehr großer Wahrscheinlichkeit erkennen und ich spiele ihn mal ab. Erkennst du es? Das war Umbrella von Rihanna und Jay-Z, die haben nämlich genau diesen Logic Loop hier benutzt und haben ihn nicht mal bearbeitet, nur ein bisschen mit Effektenbeleg. Also das als kleine Side-Note, du darfst Apple Loops in deinen Produktionen benutzen und auch veröffentlichen, wenn Rihanna das macht, darfst du, das ist recht. Okay, aber nochmal zurück zu unserem Projekt. Wir haben jetzt also hier unsere vier Loops, die schon ganz gut zusammenpassen und ich mache das hier gerade mal ein bisschen größer. Jetzt arrangieren wir das gleich ein bisschen und zwar nehme ich den Bass nach unten, ja, den kann ich einfach nach unten ziehen und ich möchte jetzt, dass es beginnt, nur mit den Gitarren-Chords und mit dem Synth, mit dem Synthesizer, jetzt markiere ich das hier, einfach, du kannst den Apple Loop hier anklicken, hier klicken wir hier oben nochmal an und suchen uns nur den raus, dann ziehe ich die nach hinten und die beiden suche ich mir dann auch raus und jetzt kannst du, um einen Apple Loop zu loopen, ja, also, dass ich hier gleich nochmal, das gleiche Spiels, gehst du einfach hier hin, hier hinten hin in das obere Drittel am Ende von dem Loop und jetzt siehst du dieses Zeichen hier, kannst die einfach langziehen und jetzt haben wir hier ein schönes Intro und danach steigt Bass und die andere Gitarre ein, ne? Okay. So weit, so gut, was uns jetzt hier noch fehlt, das ist ein Schlagzeug und da suchen wir uns jetzt noch einen Drum Groove raus. Dazu gehe ich jetzt einfach hier in Instrument, in diesem Fall mal, ich suche mir Beats raus und dann suchen wir uns vielleicht das Song Tempo raus, suchen wir irgendwas, wir sind bei 85, dann versuche ich auch hier irgendwo zu landen, bei 85 und jetzt suchen wir mal, Du kannst jetzt hier, wie gesagt, auch vorhören. Der gefällt mir gut, nehme ich einfach den. Okay, und jetzt habe ich hier mein Drumset, ich habe meinen Bass, meinen Synthesizer, meine Gitarren und das klingt jetzt so. Übersteuern ein bisschen, das ist jetzt erstmal noch kein Problem. Okay, vielleicht noch eine Sache, falls du dich fragst, wie ich das hinbekommen habe, dass die Loops hier schattiert sind. Ja, das sind die normalerweise nicht, aber ich finde es besser, du siehst also, wenn ich einen Loop entlang ziehe, hier oder länger ziehe, dann haben wir hier eine Schattierung drin. Ich finde das einfach super übersichtlich, so sehe ich im Arrangement Window immer gleich, was ein Loop ist. Wenn ich das hier entlang ziehe, das kannst du ganz einfach erreichen und zwar über Logic Pro X Einstellungen. Allgemein. Dann gehen wir hier auf Anzeige, auf Spuren und dann hast du hier, ich ziehe es mal ein bisschen runter, hier steht Farbschattierte Loops. Wenn ich das jetzt ausschalte, zack, dann ist er nicht mehr farbschattiert. Wenn ich es einschalte, ist er farbschattiert und ich finde das wesentlich übersichtlicher. Gut, dann haben wir jetzt hier schon unser kleines Arrangement und da kommen wir jetzt zu zweitem großen Fragenkomplex, der immer aufkam und das war tatsächlich das Transponieren und das Anpassen an die Songpart. Hier gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Ich mache mal hier über dieses Fenster einfach die Loops zu, dass wir ein bisschen mehr Platz haben hier. Wenn du jetzt dieses komplette Arrangement in einer anderen Tonart abspielen möchtest, dann machst du das hier über diesen Reiter. Du siehst hier dieses Ausklappfenster hier oben, das sind die sogenannten globalen Spuren und hier hast du Taktart, Tonart. Wenn du das nicht siehst, machst du hier drauf einen Rechtsklick. Hier kannst du entscheiden, was du brauchst. Ich brauche zum Beispiel Tempo nicht oder brauche Marker nicht, können wir das wegmachen. Ich brauche aber jetzt hier Takt, A, Tonart. Wir spielen also nochmal hier zunächst in C-Dur. Ich möchte jetzt aber, dass er es in D-Dur spielt, deswegen klicke ich einfach drauf, wähle hier D-Dur aus, gehe auf OK. Somit spielen alle Loops höher. Und was auch sehr cool ist, ist, dass die Drums, hier die man ja eigentlich nicht transponiert, die bleiben gleich. Das war früher nicht so, das war ein bisschen problematisch, aber die bleiben gleich. Ich gehe jetzt aber hier wieder zurück und mache das einfach über, gehe hier wieder zurück, weil ich möchte, dass es in C-Dur bleibt. Ganz kurze Sache noch zum Transponieren und zwar, wenn du MIDI-Loops dabei hast. Ich suche mir hier mal einen MIDI-Loop aus, da kann es nämlich Probleme geben oder nicht unbedingt Probleme, es kann nämlich sein, diese Frage hatte ich auch mal, dass du einen Loop nicht mit transponieren möchtest. Dann kannst du das verhindern, und zwar, wenn du jetzt auf diesem Loop bist und du möchtest nicht, dass dieser einzelne Loop transponiert wird, wenn du hier oben mit den globalen Spuren alles transponierst, du möchtest aber, dass einer nicht mit transponiert wird, dann kannst du das hier machen, und zwar, indem du hier ausfällst, ohne Transposition. Häkchen rausmachen, dann wird hier nicht mit transponiert, das ist vor allem, es geht nur bei MIDI-Spuren, ist aber wichtig für MIDI-Spuren. Jetzt habe ich dir gezeigt, wie du ein komplettes Projekt transponieren kannst. Was aber, wenn du nur eine einzelne Region transponieren willst? Das kann auch sein. Nehmen wir mal an, folgende Situation, dir gefällt der Bass hier nicht. Ja, dir gefällt er nicht und du hättest gerne einen anderen Loop. Das heißt, ich lösche jetzt meinen Bass hier raus und ich möchte mir gerne einen anderen Bass-Loop hier raussuchen. Ich gehe jetzt mal hier wieder, bleibe auf Instrumenten, gehe hier auf Bass und auf E-Bass und dann suche ich mir jetzt einfach hier einen, ich gebe mal einen Funk vielleicht oder Slap von mir aus zum Spaß und dann machen wir jetzt hier irgendwie einen Slap-Bass. Ach ja, ich nehme einfach mal den hier und jetzt mache ich den hier rein, ich mache es mal hier vorne, wo die Jumps noch nicht spielen und der ist, der ist schon in C-Dur, das ist zunächst mal jetzt okay, ja, das heißt, es klingt richtig. Okay, problematisch wird es jetzt, wenn ich diesen Loop einfach weiterziehe. Ja, ich ziehe ihn jetzt einfach hier weiter und jetzt passt auf, was passiert, weil du hast ja wahrscheinlich schon gehört, hier kommt ein Akkordwechsel. Das können wir nicht machen, wir brauchen jetzt oder wir müssen jetzt machen, dass dieser Bass der Harmonieabfolge hier folgt, ja, den können wir nicht einfach durchlaufen lassen, das heißt, es bringt jetzt nichts, wenn du einfach das hier, wie ich es gerade gemacht habe, als Loop ziehst, sondern wir müssen es einfach kopieren. Ganz kurzer Trick noch, wenn der Apple Loop jetzt hier länger ist und du möchtest ihn schnell in gleiche Teile teilen, dann kannst du ihn einfach auch markieren. Zum Beispiel, ich möchte ihn jetzt taktweise teilen, den kompletten Loop. Ich gehe mit meinem Scherenwerkzeug hierher, während ich die Alltaste gedrückt halte und zack, habe ich vier verschiedene große Kuchenstücke von meinem Loop. Das kann auch gerade für solche Geschichten nützlich sein, wenn du transponieren musst, ja. Also einfach auf den Loop gehen, Alltaste gedrückt halten und dann mit dem Scherenwerkzeug durchschneiden, dann kannst du den Loop in gleich große Stücke schneiden. Muss nicht nur taktweise sein, kann auch beatweise sein oder frameweise oder wie immer du das auch machen möchtest. Also wir waren aber beim transponieren und ich kopiere das jetzt hier rüber. Ich kopiere das hier viermal, weil vier Takte haben wir und bei allen vier Takten wechselt die Harmonie, ja, haben wir andere Harmonien, andere Akkordabfolgen. Und was ich jetzt mache, ist, ich muss jetzt pro Region praktisch eine andere Harmonie wählen. Da ich ein schlauer Fuchs bin, weiß ich, welche Akkorde das sind und wir befinden uns hier in C-Dur, da hat er noch richtig gespielt und jetzt haben wir hier den zweiten Akkord und der ist A-Dur oder das A für Bass ist jetzt hier in dem Fall nicht so wichtig und jetzt gehst du hier auf Transposition. Siehst du das hier? Das ist regionsbasiert. Im Inspektor hier auf Transposition. Jetzt brauchst du ein bisschen Musiktheorie. Gott sei Dank kann man noch nicht alles ohne Musiktheorie machen. Jetzt brauchst du ein bisschen Musiktheorie. Wir sind auf C, ein bisschen runter auf A, das sind drei Halbtöne. Also muss ich jetzt, mein Mikrofon hängt im Weg, muss ich jetzt hier minus drei Halbtöne machen. Zack. Und hier gehen wir auf G. Das sind beides mal der gleiche Akkord und das sind von C aus gesehen minus fünf Halbtöne unten. Und wenn ich jetzt abspielen lasse, folgt mein Bass den Akkord abfolgen hier. So einfach geht das. Ich ziehe einfach mal den Bass jetzt hier rüber und dann kommen wir zum nächsten Themenbereich und das ist die Loop-Manipulation. Das wird auch sehr, sehr oft gefragt, wie kann ich Loops manipulieren? Ich habe dir jetzt schon gezeigt, wie du die Loops hier schneiden kannst. Das gehört auch ein bisschen zur Loop-Manipulation. Aber was auch sehr, sehr oft gefragt wird, ist zum Beispiel, wie kann ich einen Apple-Loop rückwärts ablaufen lassen? Das Problem hier ist, dass du einen Apple-Loop selber nicht rückwärts ablaufen lassen kannst. Wenn ich also jetzt hier mal einen Doppelklick mache und komme hier in diese Spuransicht rein, dann ist das Problem, dass selbst wenn ich hier auf Datei gehe, dass hier rückwärts die Funktion rückwärts ausgegraut ist. Das funktioniert also nicht, weil diese Apple-Loop geschützt sind und deswegen musst du diesen Apple-Loop, wenn du ihn rückwärts ablaufen lassen möchtest, immer erst bouncen. Das heißt, ich möchte jetzt aber nicht dieses ganze Drum-Kit hier bouncen, sondern nur einen speziellen Bereich. Nehmen wir mal an, nehmen wir mal an, ich möchte diesen Bereich hier rückwärts ablaufen lassen. Ich schneide mir den gerade raus und jetzt bounce ich den als neue Region, dass es kein Apple-Loop mehr ist. Und wenn ich jetzt hier draufgehe, dann kann ich unter Funktionen, auf Datei ist das, kann ich unter Funktionen ist rückwärts aktiv und den kann ich jetzt rumdrehen. Ich kann jetzt dieses rumgedrehte völlig ohne Probleme aber wieder zurück in meinen Apple-Loop schieben und kann jetzt hier ein bisschen rum experimentieren. Na, ich wollte einen Solo haben. Okay, man kann ja jetzt ein bisschen, du kannst hier auch noch verschieben, das ist nicht unbedingt Apple-Loop-spezifisch, ich nehme es einfach mal so und dann probieren wir, wie sich das jetzt anhört. Ihr müsst vielleicht noch ein bisschen weiter vorfahren hier, dann wäre es cool. Okay. Also, so kannst du Apple-Loopes rückwärts ablaufen lassen, auch das war eine Frage, die oft gestellt worden ist, aber es ist auch oft gefragt worden, wenn mir der Sound von einem Apple-Loop gefällt, aber mir gefällt nicht, was der Apple-Loop spielt, kann ich ihn dann in ein Instrument umwandeln, in ein Sampler-Instrument? Ja, das kannst du. Also, nochmal, ich habe hier diesen Drum-Sound und mal angenommen, dir gefällt dieser Drum-Sound jetzt, du möchtest diesen Drum-Sound haben, dir gefällt aber der Groove nicht, den er spielt, sondern du möchtest einen eigenen Groove aus diesem Drum-Sound machen und das geht recht einfach. Ich nehme jetzt mal hier nicht alles, weil das sind nicht so viele unterschiedliche Sounds, sondern einfach hier nur den ersten Takt, sogar nur die ersten vier Schläge hier, machen wir es ein bisschen einfacher. So, die möchte ich jetzt umwandeln, das heißt, wir haben hier ja, einfach diesen Shaker, Snare-Drum und Bass-Drum, machen wir es mal ein bisschen einfacher, die möchte ich jetzt umwandeln in ein Sampler-Instrument, dass ich dieses Instrument selber anspielen kann. Da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, da hinzukommen. Ich mache das immer am liebsten über den Flex-Mode und ich gehe dann jetzt einfach hier auf Teilen, genau. Jetzt ist es geteilt und wenn du jetzt mit Rechtsklick hier nochmal drauf gehst, dann hast du auch die Möglichkeit bei Transient-Markern teilen, was bei Drums sehr, sehr gut ist, weil das sind meistens die Drum-Schläge. Können wir uns gleich nochmal angucken. Das stimmt jetzt hier nicht unbedingt, weil das ist jetzt hier ein Schlag. Ups, die verbinde ich einfach wieder. Und hier hinten ist es auch ein Schlag und die anderen, die lassen wir einfach mal. So, dann hätten wir jetzt hier vier Samples. Jetzt gehe ich hier nochmal drauf, markiere alles und gehe dann hier einfach per Rechtsklick wieder drauf. Jetzt kannst du hier auf Konvertieren gehen und dann kannst du in neue Sampler-Spur umwandeln machen. Und jetzt hast du hier verschiedene Möglichkeiten. Das wird jetzt, was ich jetzt gerade mache, ist, ich mache aus diesem Loop hier ein EXS24-Instrument, das ich dann tatsächlich nachher auch über meine Tasten bedienen kann. Und Zonen erzeugen aus Regionen, das ist richtig, ich habe vier Regionen. Bei Transient-Markern kannst du es machen, wenn du komplexere Schlagzeug-Sounds hast, wo einfach mehr Sounds dabei sind. Ich habe jetzt nur vier, deswegen ist Region für mich okay. Und One-Shot-Sample ist auch in Ordnung und ich bleibe jetzt hier einfach bei diesen ganzen Einstellungen und dann erstellt er mir jetzt ein neues Instrument und das siehst du hier. Und das kann ich jetzt, wenn wir in Piano-Roll-Editor gehen, das kann ich jetzt selber spielen über mein MIDI-Keyboard. Ich spiele einfach mal kurz ein Groove-Off-Camera ein, weil ich habe so eine starke Latenz hier durch mein Aufnahmeprogramm. Okay, ich habe was eingespielt, ich habe meinen eigenen Groove jetzt hier eingespielt. Habe ich ganz toll gemacht, oder? Sehr kreativ. Also, ich möchte jetzt aber diesen, diese Region hier möchte ich als Apple-Loop selber, als meinen eigenen Apple-Loop hier in meiner Bibliothek drin haben. Bezüglich Apple-Loops ist wichtig Folgendes zu wissen. Alle Apple-Loops haben einen Timestamp. Das bedeutet, du solltest den Apple-Loop in dem Tempo einspielen, im Original-Tempo einspielen. Also, ich kann jetzt nicht hier einfach das Tempo verändern und den Loop da reinziehen, sonst kriege ich später Probleme. Was wir mal machen können, ist, wir können hier vielleicht einen Audio-Loop draus machen, um nachher mal zu testen, ob der wirklich dann auch sich im Tempo verändert, damit ich dir das mal zeigen kann. Und was noch wichtig ist, es gibt keine Apple-Loops, die irgendwie nur einen halben Takt lang sind oder 1,5 Takte lang sind, sondern Apple-Loops sind immer einen Takt lang bis zu 36 Takte lang. Also, es gibt keine halbtaktigen Apple-Loops. Und wichtig ist deswegen auch, dass die wirklich hier immer aufhören auf dem Takt selber, dass das hier sauber auf dem Grid liegt, weil ansonsten spielst du das nachher nicht richtig ab. Ganz gut testen kannst du das, indem du einfach die Region hier dann mal loopst, ob das so passt, wenn er wieder vorne anfängt. Das hört sich gut an. Also, mal angenommen, ich möchte jetzt das hier als Loop hier selber anlegen. Jetzt ziehe ich einfach diesen Loop, den ich selber gebaut habe, so ultra kreativ, den ziehe ich jetzt einfach hier oben rein. Jetzt siehst du hier schon ein Pluszeichen. Zack. Und jetzt kann ich den hier zunächst mal benennen. Martins Superloop. Martin Superloop nennen wir das mal. Und jetzt kannst du hier einfach auch einstellen, in welchem Genre das sein soll. Bei Hip-Hop würde ich jetzt zum Beispiel mal eingeben. Und du kannst den hier jetzt kategorisieren. Das kannst du dir jetzt hier aussuchen, damit er hier in der richtigen Kategorie erscheint. Jetzt mache ich einfach mal hier erzeugen. Und jetzt sollte ich den Loop, das braucht dann ein bisschen, um zu rechnen, jetzt sollte ich den Loop, wenn ich den gleich suche, sollte ich den hier finden können, in der Apple Loops Bibliothek. Okay, es hat jetzt doch einen kleinen Augenblick gedauert. Er musste doch ein bisschen rumrechnen. Aber ich hoffe, wir finden jetzt meinen Superloop. Hier ist Martins Superloop. Perfekt, er ist drin. Ich kann den jetzt auch hier reinziehen. Und ich könnte jetzt auch die Geschwindigkeit ändern. Und die würde sich natürlich anpassen. Das ist jetzt ein originaler Apple Loop. Und so kannst du recht effizient und zügig in Logic arbeiten. Apropos effizient in Logic arbeiten. Wenn du in Logic schneller und besser arbeiten möchtest, dann empfehle ich dir ganz unbedingt meine Logic Workflow Checkliste. Die habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt. Das ist ein PDF. Da sind nochmal mega viele Tipps drin, wie du schneller und zügiger und besser in Logic arbeiten kannst. Die lege ich dir unbedingt ans Herz. Wenn du wissen möchtest, wie du Apple Loops erstellst, und das ging dir jetzt zu schnell am Schluss, dann empfehle ich dir auf jeden Fall dieses Video. Da erkläre ich dir das nochmal ganz genau. Ich hoffe, ich konnte jetzt tatsächlich alle Fragen zum Thema Apple Loops beantworten. Wenn nicht, dann schreib mir einfach unten in die Kommentare. Wenn deine Frage nicht dabei war oder dein Problem, dann lese ich mir das auf jeden Fall durch und versuche es in der Kommentarleiste zu beantworten. Und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Tutorial. Bis dann. Bis dann. Bis dann.